hallo heute mal wieder ein tipp zu ubuntu 1504 ich versuche mal was zu reproduzieren vielleicht gelingt es mir ich schaue gerade mal meinen pc an also pc monitor start gleich hoch und zwar habe ich mal komische effekte sind eigentlich auch nicht immer wir hatten ja schon mal die upstart probleme und so weiter gehabt haben wir schon mal erledigt ich habe aber manchmal auch ganz andere probleme ja das tun probleme was das wissen wir schon mal nee das ist beim login habe ich manchmal nur geflimme aber nur bei ubuntu 1504 nun gut ganz normal einloggen ja life is cool kennen wir doch kennen wir doch das bild doch vom letzten war und wenn ich dann mich einloggen dann habe ich manchmal nur geflimme nur geflimme oder passiert auch mal gar nichts da ist es wieder nur geflimme also ich mache jetzt mal ich bewege mal die maus ja also da tut sich gar nichts das schaltet hin und her ich weiß nicht ob man das erkennen kann ich mache jetzt noch mal ja auch wenn ich also ich sehe doch das ubuntu 1504 logo ja ich bewege jetzt mal die maus 0g flimme was mir dabei hilft ist folgendes ich mache mal kurz die lampe an gut wir drücken mal die tasten gleichzeitig steuerung alt und f1 gleichzeitig damit wir auf eine tt y konsole kommt steuerung alt und f1 so ja gut wir sehen dann wir sehen nichts wie bei euch die lampe so jetzt loggen wir uns mal da so ein mit benutzernamen und passwort wenn ich das jetzt hier muss die kamera ja so ganz ähnlich heiße ich aber so ungefähr ja ich muss die kamera noch halten da fällt mir manchmal mein eigener an und ja ihr seht meine probleme sind mannigfaltig so und passwort eingeben sagt jedenfalls bin ich jetzt eingeloggt und wir machen dann mal und leerzeichen ja immer mehr damit man unity jetzt bin ich angedotzt am bildschirm und dann wollte das wieder gut sein ja mir hilft das zumindest aber mir hilft eigentlich gar nichts mehr strengelauf aber gut so jetzt komme ich wieder auf dem login und wenn ich dann mein passwort eingehe dann ist alles wieder gut ich komme wieder auf mein bild so dann flimmert hat nämlich kaum noch oder nur ganz selten so wie hier ja ja ganz selten dämlich das kann aber das hatte ich dann auch schon mal ich mach das noch mal ich hätte ja fast gepasst unity minus minus replace nochmal ne ihr seht mannigfaltige probleme ich lasse euch die fehler gerne im video drin nochmal einloggen und irgendwann komme ich dann rein und schon bin ich drin ja jetzt jetzt hat es funktioniert wenn ihr also ehrliche probleme habt so wie ich ja ne könnt ihr euch unity minus minus replace dazu verhelfen und wieder auf ganz normales terminal zu kommen ich hoffe hier mit geholfen zu haben und minus a und l s b jetzt fehlt mir wieder eine hand und der unterstrich release minus a so ubuntu 1504 hat so seine kleinen problemchen aber sonst nicht stören ich habe es ja wieder zurecht gefolgt unity minus minus replace wenn ihr das gleiche problem habt so wie ich hoffentlich nicht und tschüss fliesst tier 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 Untertitelung des ZDF, 2020